Vor zwei Jahren haben wir hier an diesem wunderschönen Waldsee Störe reingesetzt. Zwei Stück und ich versuche den heute zu fangen mit Kräucherlachs aus dem Supermarkt. Ich bin mal gespannt, ob es mir gelingt und ob die überhaupt noch leben. Das Wasser ist kalt und dann sind die ganz, ganz träge. Das sieht man auch wieder, wie der jetzt hier loszisch. Kleiner Fettsack.